Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN Unterhaltung. 24. Geburtstag, Bindi Owen ist dankbar für ihre Familie. Bindi Owen, 24, hat jeden Grund zum Feiern. 2006 starb der Crocodile Hunter Steve Owen, Kreuz 44, bei einem tragischen Unfall. Bei einer Expedition wurde er von einem Stachelrochen gestochen, woraufhin Steve wenig später an den folgenden Stich starb, der Australier hinterließ seine Frau Terry, 58, und die Kinder Bindi und Robert, 18. Obwohl Bindi ihren Vater heute noch schmerzlich vermisst, genoss sie jetzt ihren 24. Geburtstag, dabei machte sie vor allem eins deutlich, Bindi ist ihren Liebsten dankbar. Via Instagram teilte Bindi eine Bilderreihe mit ihrer Familie, die Fotos zeigen die Irwins bei einem Familienpicknick, so posierte Bindi mit ihrem Mann Chandler, 25, und ihrer Tochter Grace, 1, oder ließ sich die Geburtstagstorte schmecken. Unter dem Post schrieb die Dancing with the Stars Teilnehmerin dankbar, das letzte Jahr war gefüllt mit enormem Wachstum, herausfordernden Zeiten und vor allem mit Liebe. Ohne dass sie es merken, hat mir meine süße Familie in diesem Jahr durch ihre außergewöhnlichen Taten jeden Tag die größten Geschenke gemacht. Außerdem fügte Bindi noch einige Zeilen hinzu, in denen sie sich direkt an ihre Liebsten wandte.